Hallo Leute, wenn alles geklappt hat, ist es jetzt genau 0.00 Uhr und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch gehabt. Genau, und das ist jetzt mein Jahresrückblick 2015. Viel Spaß dabei und ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.